Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed. So, ähm, der Robin hat sich gemeldet. Ich kann es gerade nochmal abspielen. Okay. So, und dann schauen wir uns mal an. Hier, Drift Train, bin ich gerade schon mal hingereist. Ähm, haben wir den da etwa noch nicht? Warte mal. Scheint so. Und einstellbarer Anbremse. Nett. So, dann gucken wir mal, wie das läuft mit dem Event hier. Los, Robin. Hallo, Leute. Wir driften mal ein bisschen. Okay, 93.000. Mal schauen. Ich werde aber auch fix unterwegs hier, meine Lieben. Das ist doch hier zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen hier gerade. Das kann doch nicht sein. Spiel. Hör doch auf, mir so auf den Sack zu gehen. Ist ja schlimm. So, mal gucken, ob wir die Gruppe noch kriegen. Hier hätte, ja, gehen eine ganze Menge Dings drauf hier leider. Eine ganze Menge, ähm, Punkte, die wir hätten kriegen können. Deswegen mag ich halt diese Gruppendrift-Dinger nicht einfach, weil es ist halt immer schwierig, sich an diese Gruppe hier anzupassen. Die fahren zu langsam, zu schnell. Das ist alles, es ist alles scheiße im Moment gerade. Wie gesagt, das Spiel nervt mich im Moment wieder viel zu sehr. Und, äh, ja, ich glaube, mal guckt, 60% Fortschritt haben wir im Moment. Und, ich bin froh, wenn ich durch bin. Also, ich, ich möchte es ungern abbrechen. Ähm, ich habe zwar im Moment echt nicht mehr viel Spaß in dem Spiel, aber ich habe halt auch ungern unvollständige Projekte drauf. Aber, ja, ich werde mich halt durchbeißen müssen. Und, wenn es gar nicht mehr geht, brechen wir es halt ab. Das ist halt dann so die Sache. Ah, was die hier für ein Tempo vorlegen. Guck mal, hier kann man so schön klüften. Bleib doch mal hier. Ja, guck. Jetzt wird das wieder nicht gezählt, weil ich hier leicht an was dran gestoßen. Also, wie gesagt, das ist... Herr, es kotzt mich hier gerade echt an. Dass mir ein Punkt jetzt schon verloren gegangen ist. Geh weg. Zumindest zählt das nicht als missglückt, wenn ich gegen so einen anderen Fahrer stoße. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Guck mal, jetzt haben wir die Kurve hier mal gekriegt, ausnahmsweise. Vielleicht sollte ich hier auch wieder ein bisschen mehr mit Handbremse... Fahren. Bremst doch da mal bitte rein und driften. Spielen. Ähm. So, du bleibst mal hinter mir. Weil ich hätte gerne Punkte. Ähm, wir haben noch... Ja, ein bisschen was. Kriegen wir da noch was hin? Ich hab so ein bisschen meine Zweifel, aber gut. Obwohl, so ein bisschen was am Driftzeug ist ja noch da. Nicht dagegen fahren. Ach, Spiel. Das ist doch scheiße. Gib mir die verdammten Punkte. So, wir hätten es nämlich jetzt schon eigentlich geschafft. Fast. Jetzt kommt halt so eine Scheiße hier, wo du überhaupt nicht mit rechnen kannst. Dass da eine Kurve kommt und dann war es das hier leider auch schon. Na ja. Dann halt nochmal. Wie gesagt. Im Moment würde ich es echt gerne in die Tonne drehen. Das geht mir gerade unglaublich auf die Nerven, dass ich hier nicht vorankomme. Aber gut, ein bisschen Motivation ist noch da. Und von daher versuchen wir es halt so lange, bis es mal funktioniert. Oder bis ich halt wirklich keinen Bock mehr habe. Und dann war es das auch mit dem Spiel. Den habe ich jetzt ja genommen, ja. So, Versuch Nummer zwei. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich will nämlich weiterkommen. Ja, wie gesagt. Das ist mir fehlt halt auch so natürlich halt ein bisschen die Übungen Rennspielen. Aber ich bin halt Casual Gamer. Ich habe keinen Bock, mich irgendwo großartig reinzuknien in irgendwelche Spiele. Dafür fehlt mir einfach die Lust und die Zeit. Das wird mir einfach zu langweilig, zu schnell. Und von daher bin ich ganz froh, wenn ich das halt problemlos schaffe hier. So, wieso sind die jetzt schon wieder so weit vorgefahren? Das ist doch alles Mist. So, dann kommen wir hier. Du Driftwagen, du. Und drifte, wie du noch nie gedriftet bist. Ich frage mich auch, warum die hier so vorheizen. Ihr sollt auch Punkte machen. Meine lieben Kinder. Nein, nicht dagegen fahren, bitte. Danke. So, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ich glaube, ein bisschen besser sieht es ja mittlerweile aus. Gerade so nochmal die Kurve kriegt, den Wachsinn des Wortes. Alter, was die hier vorheizen. Das ist doch nicht mehr schön. Guck mal, kommt hier so ein Dings und dann ist wieder alles Kacke. Na gut, aber das sollte noch einen guten driften. Wir haben es. Ja, da geben die jetzt auch mal wieder Vollgas. Tja, wie gesagt, ein Fehler und das war es dann auch schnell mal hier mit dem Spiel oder mit den Runden. Wir haben wieder Anschluss, das ist gut. Gut, wir hätten da unten noch eine Kurve. Wenn die läuft. Nein. Gut. Also, dann müssen wir den Scheiß nochmal machen. Ernsthaft. Das ist doch echt so... Auch Spiel. Jetzt hör auf mir so tierisch auf den Sack zu gehen. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Wie gesagt. Motivation nimmt stetig ab. Vielleicht, oder ich weiß nicht. Vielleicht, ne ich... Also, wenn ich es abbreche, dann breche ich es halt auch wirklich ab. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, keinen Bock das zu pausieren. Dann war es das halt mit dem Spiel. Seufz. Jetzt funktionier. Gott verdammte Scheiße. Funktionier einfach nur. Lass mich das Rennen gewinnen. Lass mich weiterkommen. Hör auf mich zu stressen. Mann, Mann. Wie gesagt, das ist halt echt so die letzte Zeit. Ich komme hier nicht mehr voran. Ich komme nicht mehr anständig durch. Und es nimmt tatsächlich... ...so von Folge zu Folge nimmt meine... ...Lust an dem Spiel ab. Von daher schauen wir mal, was wir überhaupt noch durchspielen werden. Der Mensch spricht nicht mehr allzu viel dafür. Ihr seid solche verdammten Wichser. Echt. Ihr seid solche unglaublichen Pisser. Es ist nicht schön. Schön. Ich würde jetzt wenigstens auch mal verhauen hier. Gib mir die Punkte. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. So. Handbremse bitte. Okay. Dass das so gut funktioniert hier. Na gut. Wir haben jetzt ein Anschluss. Ich denke jetzt kriegen wir es hin. Was heizt ihr denn hier vor? Ihr verdammten Trottel. Da kommt eine scheiß Haarnadelkurve. Das ist mir hier wieder nichts angerechnet. Weil ihr zu weit weg seid. Ihr verdammten Vollidioten. Das ist doch kacke. Mensch. Hört doch mal auf so anständig... ...so scheiße zu fahren. Und fahrt anständig langsam. Ach, ich lecke mich am Arsch, ey. Wie gesagt. Die fahren echt viel zu... ...ääh... ...unvorhersehbar. Dass man da anständig mitkommen könnte. Deswegen, wie gesagt, es ist... ...es läuft halt überhaupt nicht mehr im Moment. Es leuchtet überhaupt nicht mehr gut. Ich meine, das mit dem Driftwagen hat schon mal was gebracht. Alter, wieso heizt ihr denn hier wie die Bekloppte, ihr blöden Wichser? Fahrt doch langsam. Ich brauche Punkte, ihr blöden Säcke. Das ist doch nicht mehr zu aushalten. Mann. Dann hast du hier noch irgendwelche anderen Trottel, die halt Ruhm heizen. So, gut. Einer hat sich hier noch verfahren. Du blöder Wagen. Du sollst verdammt nochmal da runterfahren. Du verficktes Drecksding. Fahr! Mensch! Das ist echt zum Ausrasten grad. Weiß nicht, wie oft jetzt, als ich im Dreck schon verreckt bin. Mann, 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 Mann. Lass mich dieses Drecksrennen endlich gewinnen, Spiel. Echt, also wie gesagt, das raubt mir grad meinen letzten Nerv. Es macht absolut keinen Spaß mehr im Moment. So. Aber die heizen hier echt wie die Bekloppten. Ihr blöden Säcke, ihr müsst hier Punkte machen, die heizen. Meine Fresse, echt. So. Jetzt aber. Ich kann auch einfach mal 170 diese scheiß Haarnackenkurve reinfahren. Dann werden mir wieder die Punkte nicht gegeben. Ich hasse es echt. So, na also. Wie gesagt. Hätten wir auch schneller haben können, wenn das Spiel nicht so gestresst hätte die ganze Zeit. So, jetzt haben wir es wenigstens hinter uns. Mal gucken, was danach kommt. Also die letzte Zeit ging es ja einigermaßen gut hier mit den Crewdingern. Jetzt gerade bei der Aktion leider nicht mehr so wirklich. Aber gut. Jetzt haben wir es ja wenigstens. Jetzt geht es halt echt locker. Irgendwie scheint die jetzt noch deutlich besser zu fahren, habe ich den Eindruck. Aber gut. Was soll's. Wir haben die Punkte. Sogar locker diesmal. Und dann können wir jetzt endlich mal weiterkommen. Und ich bin endlich mal erleichtert diesen Mist. Wie gesagt. Es ist halt bei solchen Spielen. Ich bin da nicht froh, es geschafft zu haben. Sondern ich bin froh, dass der Mist endlich vorbei ist. Also das ist für mich jetzt kein Erfolgserlebnis. So in dem Sinne. Sondern das ist halt... Ich bin halt nicht mehr genervt, weil ich es nicht nochmal machen muss. Von daher, ich bin echt... Also ich glaube, ich bin in dem Spiel einfach viel zu... Also eigentlich nur am Meckern. Aber halt eben aus dem Grund, ich komme nicht voran. Werde ich halt schnell ungehalten. So, dann gucken wir mal, was danach noch kommt. Frontfrau Robin. Nett, dass wir noch ein Level gemacht haben. Was habe ich gesagt? War das krass? Nee. Hammer. Sie sind schon startklar für den nächsten Lauf. Ich bin dabei. Wir sehen uns. Okay, genau. Achso, wir können eh weitermachen. Ähm, dann machen wir das doch mal. Das war jetzt hier oben. Mal gucken, was das dann wird. Bis dann wieder so bescheuert fahren. Und, ähm, ja. Ich glaube, danach können wir den dann auch mal wieder weiter auftunen, den Wagen. Ach, da macht Spike dann jetzt auch mit. Okay. Okay, und dann auch hier mit einem nur. So. Ein bisschen Gas geben, bitte. Okay. Der Herr Kug. Ich scheine da aber dranbleiben zu müssen, oder wie sieht das aus? Gib mir die... Ach, du sollst mir doch die Punkte geben, blödes Spiel. Hör auf, die sich immer gegen zu dotzen und gib mir... Gottverdammte Punkte. Okay, wir scheinen nicht von ihm abhängig zu sein. Das ist gut. Okay. Also diesmal kein Crewgedöns. Dann kann ich ja auch ein bisschen beruhigter fahren. Ähm, weg, bitte. Ich denke, das kriegen wir dann hoffentlich im ersten Anlauf hin. Wollte diesmal sich nicht begeben. Trotz einmal kurz andotzen. So. Okay, Führung ist da. Du sollst da driften wagen. Nicht einfach langsam, gemütlich durch die Kurve fahren. Das ist ein Driftwagen. Du sollst driften. Ich habe ein bisschen aufgeholt, aber ich habe halt auch die eine Kurve hier versemmelt. Und holen wir es dann in der nach. So, gut. Hier bin ich dann doch relativ zuversichtlich, dass wir das jetzt im ersten Anlauf hinkriegen. Und vielleicht können wir dann auch bei Gelegenheit nochmal mit dem Wagen das Rennen von Amy versuchen. Irgendwie das Gefühl, es könnte mit dem Wagen besser funktionieren. Ja, gut. Kann es natürlich auch enden lassen. Ist mir auch ganz recht. So. Hätten wir das mal erledigt. Jo, Mann, guck hier. Die ganze Crew hat Bock auf einen krassen Train. Könnten noch einen Fahrer brauchen, der weiß, was er tut. Aber ich muss wohl mit dir vorlieb nehmen. Wir sehen uns. Bis dann. Jaja. Okay, scheinbar haben wir jetzt noch einen neuen Auftrag. Ich werde aber nochmal kurz jetzt zurück in die Garage springen. Ich glaube, so ein, zwei Sachen kann ich mit dem Ding jetzt noch auftunen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem nächsten Mal. Gucken, ob wir dann das mit dem Driften wieder hinkriegen. Ich hoffe, es geht besser als die letzten Male jetzt gerade. Also wie gesagt, diese Crew-Dinger sind halt nervig, weil die sehr, sehr komisch fahren. Bis dahin. Macht's gut. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.